Jojo Leute und herzlich willkommen zur weiteren Runde Survival Games, aber diesmal nicht hier in der Survival Games Lobby, sondern ganz einfach hier in der normalen Gommel Lobby, denn es gibt noch so ein schönes Feature, was ich euch noch zeigen wollte. Auf dem Gommelserver gibt es jetzt diese Boots, wie man hier vielleicht schon sieht und die kann man halt aufrufen mit Slash Boots, die ganzen Boots, also Schuhe gibt es hier für Premiums und die muss man sich kaufen, aber ich habe nicht frei geschaltet bekommen vom, ich glaube Genatz war es oder Mewby, ich weiß nicht, irgendeiner von den beiden, aber auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass der Support hier richtig geil ist, also man muss einfach nur nach Fragen bekommen, es ist richtig geil und die antworten auch gleich und ja dann nochmal. Und zwar ich habe jetzt hier gerade die Jetpack Boots aktiviert, mit denen kann man hier einfach so rumfliegen, das finde ich mega chilling, so bin ich auch hier rauf gekommen. Und ja, da gibt es aber noch so andere Schuhe, wie zum Beispiel hier die Speedboots, ist jetzt noch nichts, aber dann wenn man sneakt, ist man dann richtig schnell so und ja, das finde ich einfach ein richtig geiles Feature, das wäre ja auch hier so voll hilfreich, wenn man so ganz schnell sein will und so. Aber wir spielen jetzt eine normale Runde survivalgames und zwar auf, oh ne, dem geht zu kurz, ich werde jetzt einfach alles ankert machen, okay, mummeltiergames. Ähm, ja, einfach nur wollte ich das nochmal schnell zeigen, zeigen, äh zeigen und ja, mich haben auch unter dem Letzte survivalgames Video voll viele Leute gefragt, wie soll ich denn meine Thumbmails nicht einfach jemand anderes machen lasse. Ähm, denn ganz einfach, ich will, ähm, hier die halt selber machen und mich da halt auch selber verbessern, äh, weil ich finde, wenn ich dann, ähm, mir die Thumbmails machen lasse, ähm, dann ist es ja sozusagen so, dass ich einen Teil meines Videos nicht selber gemacht habe, äh, weil ein Thumbmail gehört eigentlich sozusagen zum Video. Ähm, und ich will die halt generell einfach selber machen, dass ich da halt auch immer besser werde in den Thumbmails, ähm, und ich finde jetzt für meinen ersten Thumbmail habe ich mich schon, äh, sehr, äh, verbessert, okay, eigentlich nicht, aber, egal, ist, ist schon alles super tot, ist alles super tot. Okay, ähm, und, ja, deswegen mache ich die selber, ähm, oh ne, und ich spiele schon wieder mit Specs, weil ein paar Leute, also einer hat zumindest geschrieben, äh, äh, du spielst mit Specs, du bist schon zu, zum, äh, den YouTuber, äh, zum, also 0,15 YouTuber sozusagen, weil, ja, fast jeder mit Specs spielt, oh ne, ähm, aber, ich meine, wenn es jemandem gefällt, wieso soll man denn dann nicht damit spielen, oh ne, also, äh, wie stelle ich das jetzt redet ist, ähm, ja, deswegen spiele ich mit dem, oh, warte, und jetzt, äh, äh, okay, ich werde da jetzt erstmal hart radikal abschaubigen, gönn, Okay, den hole ich mir auch noch, den hole ich mir noch, den hole ich mir noch, den hole ich mir noch, also, super schnell, weil er rennt die ganze Zeit weg, was soll das, egal, ähm, ja, deswegen mache ich die selber, habe ich schon gesagt, ich, bin, egal, Ach ja, bin wieder verplant, und, es haben richtig viele Leute drunter geschrieben, man schreibt doch nicht Design, so wie ich sie schreibe, sondern N, G am Schluss, ähm, und, Leute, ich mache, ich war da um 4 Uhr morgens oder so noch dran, ähm, und habe da das Video dann nicht so geladen, weil ich es ja, wie gesagt, immer über Nacht hochlade, ähm, und nehme mir da mein Ding nicht so ein, meine Rechtschreibung und alles, weil es da schon, äh, richtig abgefuckt sein kann, um 4 Uhr morgens, wo ich eigentlich schlafen will, ähm, oder wo ich dann kurz davor bin, mich hinzulegen, ähm, da kann so ein Missgeschick halt dann auch mal passieren, ähm, ja, also, sowas irgendwie nicht zu ernst nehmen, wenn da mal so ein Fehler ist, dann ist es nicht, so, kann, kann doch schon sein, dass ich nicht weiß, wie man schreibt, aber es ist dann doch meistens der Einfluss der Tageszeit, von dem dürfe ich eigentlich kommen, weil der Korn gerade noch im, ist von der Lande runtergefahren, gut, finde ich okay, ähm, aber wo ist der, oh Gott, der ist da ganz unten gelandet, okay, ich werde jetzt hier mal so einen Ninja-Move versuchen, ich habe nur einen Block, warte, ich mache das hier, okay, alter, jetzt hänge ich hier fest, man, aber jetzt ist es so lang, aber es ist sicher, ich könnte es versuchen abzubauen, okay, gut, ähm, ja, so kommt man natürlich auch sicher die Klippe runter, oh, wir haben zwei Dias, aber das Leben nur für Leute, shit, oh shit, ähm, ich werde einfach mal sagen, nicht rush schnell zu spawnen, dass wir einfach schnell ein Dias schwert haben, und ich war letzte Badwall, also das letzte Video, die Badwalls-Runde viel zu leise, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt hier den Unterschied, oh Gott, er hört, ich mache jetzt das jetzt mal leiser und jetzt mache ich es wieder lauter, normal schon, ich weiß nicht, ob ich jetzt lauter wie vorhin bin, ähm, aber dürfte eigentlich ungefähr gleich geblieben sein, und mein Minecraft-Hand ist viel zu laut, haben auch wieder geschrieben, ähm, ja, ich, ich habe mir einfach den Pegel, oder die Lautstärke von meinem Mikro runtergedreht, gehabt, das wegen war ich so leise, ähm, und joa, schnell das hier bauen, dann das Team hier vor mir zerstören, Uli, 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 wenigstib, lol, wie, 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 wie schnell ist der mir bitte nachgekommen, egal, war auf jeden Fall ein Team, das haben wir sozusagen, zerstört, und jetzt spiele ich nochmal einmal die Map, und dann, aber hast du das Wunder, so weit, wir geben es Runde, ähm, und ja, ich kann das natürlich noch lauter machen, war das, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt übersteuert, also ich glaube schon, dass es so übersteuert, weil so wäre das jetzt normal, also wenn, wenn es ganz oben wäre, aber ich glaube, das übersteuert ein bisschen, ich weiß nicht, und dann mach ich das wieder so runter, und ich kann natürlich diesen Pegel hier hochziehen, ich weiß aber nicht, ich mach's einfach mal hier, aber nie, den lasse ich lieber ganz unten, ich weiß nicht, ob es gehört hat, ähm, ja, aber den lasse ich lieber unten, dann rauscht alles nicht so, ist jetzt unten her, mein Stuhl, ne? Ah ja, und ich habe mir auch, was ich vielleicht sagen kann, einen neuen Stuhl bestellt, das ist so ein Sessel sozusagen, das ist kein Stuhl, so ein chillersessel, und ja, falls er da ist, werde ich dann dazu mehrere Infos geben, und LED-Lichter auch für mein Zimmer, das ist schöner wie ich, ähm, ja, also die Map kennen ja, gut, gut, und mein Microphone ist immer noch zu laut, nicht Grafik, ich hoffe, das passt jetzt so, ist zwar immer noch ein bisschen laut, für euch jetzt wahrscheinlich, weil es einfach nur 3, 4 Prozent waren, aber egal, ah ja, und Crazy Paul gibt es dann nächste Woche nochmal wieder bei Paul, aber er hat mir jetzt noch nicht geschrieben, aber Paul müsste mir schreiben, weil das ja eigentlich seine Folge ist, und nicht meine, deswegen musste ich, musste euch dann Paul, wie ihr das wollt, weil es dann bei ihm kommt, und nächste Woche dann wieder bei mir, also normal, nächste Woche dann wieder bei mir, oh ne, sag mir nicht, das ist ne, ach gut, boah, tschüss, ich dachte schon, jetzt, what the fuck, man kann das hier nicht, Abbauung rum ist aber nicht, doch, oh Gott, gut, gut, aber dann geht's in den Quickseid, okay, die Küste hat sich gelohnt, ich sag nichts, oh ne, das hängt hier fest, der wird dran sterben, okay, aber was ist das für ein Ausgang gewesen, Digga, der krach, der war irgendwie, naja, ich weiß nicht, egal, aber es kann auch natürlich sein, dass ich so leise bin, dass ich manchmal so leise rede, weil so müsste ich jetzt eigentlich nochmal die ganze Zeit reden, aber ich rede immer irgendwie so leise, weil ich nur und so bin, ähm, ja, das ist halt mein Nachteil, und, ähm, es wurde noch, oh ne, wegen den Begrüßungen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hab, ich werde hier jetzt sterben, ähm, ob ihr das von den Begrüßungen schon gesagt habt, ob ich eine neue Begrüßung machen werde oder nicht, ich hoffe immer nicht, also werde ich sie jetzt einfach gleich nochmal ansprechen, ähm, ich hab ja, äh, letzte Folge gefragt, in der Sovereigungsfolge, äh, ob ich eine neue Begrüßung machen soll, und, also, ein paar haben schon richtig gute, äh, Vorschläge reingeschrieben, zum Beispiel, hey Leute, was geht, euer Pinguin, und so, und jetzt nehmt erstmal euer Floss in die Hand, denn dann ist alles in Ordnung, ähm, aber sowas meine ich zum Beispiel, auch mit, äh, bisschen gefakt, ähm, ja, aber ne ganz coole Idee, aber es ist halt ein bisschen, zu stark, gefakt, sag ich jetzt mal, ähm, zum Beispiel so wie, yo, yo, meine lieben Pinguine, und herzbekommt, sein auf weiteren Ding, oder yo, meine Pinguine, und herzbekommt, bla bla bla, sowas, aber es hat auch jemand geschrieben, äh, wovon ich dann auch überzeugt war, irgendwie, ähm, es hat jemand, oh, äh, äh, lass die begrüßen, aber so wie es ist, da hat er sich jetzt schon dran gewöhnt, und so kann man das natürlich aussehen, und ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt so lassen werde, ich denke aber erstmal schon, und dann irgendwann später, wenn die mir so richtig auf den Sack geht, dann werde ich einen anderen machen, aber zu diesem Entschluss ist es bis jetzt noch nicht gekommen, deswegen wird es erstmal so bleiben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nie, und vielleicht wissen das noch Leute, aber das sind sozusagen, in Anführungsstrichen, treue Abonnenten, was letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit, für ein Video kam, ähm, es kam, ähm, diese Zeit, letztes Jahr, letzten Jahres, ähm, ein, ich weiß nicht, ob ich es so genannt habe, ein Volksfest-Video, ähm, und das, dieses Volkfest, ist jetzt, bei uns auch nochmal, also es ist jedes Jahr, ähm, und ich war da bis jetzt noch nicht, es läuft schon zwei Tage, aber ich werde ja die nächsten Tage runtergehen, und mal gucken, ob ich da was aufnehmen werde, dann wird er vielleicht wieder ein Real-Life-Video folgen, aber ich weiß es nur nicht, oh nie, uh, die Türens, okay, äh, zack, zuck, er hat auch keine Schuhe, shitty, shit, 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 aber ich finde, die Schuhe hier echt, ist richtig, so ein richtig geiles Feature, was auch noch kein anderes Server hat, glaube ich, also so mit den Special Effects, äh, denke ich nicht, und ich rede schon wieder so, leider, es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn, es ist brutal, ähm, ja, was ich eigentlich auch noch, oh, äh, sagen wollte, ist, dass ich zur Zeit eigentlich fast gar kein Minecraft spiele, und deswegen auch vielleicht der Skill-Gehalt in den Videos nicht mehr so hoch sein wird, ähm, weil ich, es ist meine erste Runde heute, und es ist einfach halb elf, ähm, weil ich eigentlich sonst nur CSGO spiele, oder Videos am reinziehen bin, oder, halt, CSGO spiele, oder einfach so im TS ein bisschen schöner, Survival Games spiele ich eigentlich, oder generell Minecraft so, spiele ich jetzt die letzte Zeit, die letzte Zeit nicht mehr so, ähm, deswegen kann es natürlich sein, dass der Skill-Gehalt in meinen Videos dezent abnimmt, aber, vielleicht auch nicht, vielleicht ist er immer noch gut, ich weiß nicht, aber, könnt ihr immer, aber es ist natürlich klar, dass ich nicht mehr so gut bin, äh, wie, vor vier, fünf Monaten, oder, wann waren das, sieben Monate, wo ich, oder, die Zeit, wo ich Hive gesuchtet habe, erster war, und ich, äh, die Zeit, wo ich noch mit der Fabo, äh, noch nicht gebannt war, ähm, ist natürlich klar, weil ich jetzt auch da auf Hive kein Survival Games mehr spiele, und auf Gomme eigentlich nur noch so am hustlen bin, und generell fast, Games, Survival Games mehr spiele, ähm, kann natürlich auch daran liegen, und ich hab grad den Bogen nicht auf der 3, was mir gerade aufgefallen ist, weil ich da natürlich, keine Angel auf der 2 hab, und ich will ein Feuerzeug haben, was ich auch hab, nur ich grad ein bisschen blind bin, oh, das war nicht schlecht, schlägt mal, okay, der wird jetzt hier erstmal, das Feuerzeug nehme ich mit, oh, scheiße, ich hab den Bogen bekommen, äh, scheiße, ich hab keine Angel, what do I do, okay, den bekommen, nicht, wie hieß der, jetzt aber das Feuerzeug mitnehmen, pam, oh ne, okay, ich lass den jetzt erstmal down, Bren, Bren, aber er löscht ihn wieder, was macht er denn, ist er gleich tot, kann das sein, kann das sein, ich glaub schon, ich geh jetzt einfach mal drauf, weil er, zweimal gebrannt, ich nicht, hab die ganze geweckt, er nicht, ja, der ist auf jeden Fall, glaub ich, lololololife, dieser Rot, ich will den anzünden, ich will den anzünden, aber jetzt, jetzt ist die Möglichkeit, ne, ich glaub, das wird nichts mehr mit dem anzünden, ne, weiß ich, ich werd ihn jetzt einfach so normal töten, wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, ne, aber der, der ist normal low, und jetzt bumse ich den down, man, ne, doch, okay, G zu dem G, ähm, ja, es waren jetzt zwei, die relativ, akzeptable Runden, würd ich sagen, also, außer die erste, da wo ich noch, ein, nur einen aus dem Tiki killed hab, und der mir dann irgendwie so, richtig gut nachgekommen ist, aber egal, ähm, ja, wieder Survival Games, weil, YOLO, ähm, und, ja, auf jeden Fall, was, hell, ähm, und auf jeden Fall, was ist jetzt von dem Survival Games wieder, wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, und ich hab jetzt grad, keine Boots aktiviert, ach so, den muss man jetzt mal wieder neu, mal, dann aktiviere ich jetzt noch, ähm, was kann ich denn noch zeigen, ich kann natürlich noch, ähm, diese Explosionsboots zeigen, die richtig, äh, das ist jetzt so, das ist ja so ein, cooles Feature, was eigentlich noch nicht so viele haben, ähm, und, ja, ich weiß es noch, die Jetpack, ähm, und die rechts daneben, die Schuhe waren das gleiche, nur mit Clay und, ähm, mit, ähm, einem Schinken, dass man hinter sich ein Schinken herzieht, aber ich find das besser, weil, keine Ahnung, und auf jeden Fall passt das, ich find das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall mit der Bewertung da, ähm, und, ja, ich weiß nicht, ob ich noch was sagen wollte, ich hoffe mal nicht, und, ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall, morgen, bei, wahrscheinlich, einer Runde, Ender Games, oder irgendwas anderes, muss ich mir nur einfallen lassen, und, ja, tschüss, Leute.